Warte, warte, warte. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich komm enthoch. Warte, ich bin oben. Einer muss fahren. Einer muss fahren. Ich glaub an euch. Spürt den Tiger in euch. Nee, danke schön. Diesmal geb ich Gas. Wartet auf Nio. Lass mich bequem am Rücksitz. Das könnte lustig werden. Wartet auf Nio. Ich leg mich hin. Leute, Leute, Hilfe. Ich stell mich tot. Lasst mich nicht alleine zurück. Lasst mich nicht alleine. Leute. Ich versuch's ja. Wir müssen nach oben. Wir müssen vorwärts fahren. Ich krieg das mit dem... Hilfe, Prof. Zieh mich hoch. Ich greif mein Kopf. Takeru. Ey, ich will ja schon. Ich ziehe. Die Kante doch nicht mal. Sehr gut. Du. Los, fahr, Prof. Fahrt vorwärts. Ja, wir wollen mit Mordi fahren. Werner, bein hart. So, hinten drin. So, ich und Takeru hier hinten. Meiner Meinung nach ist der Schlechtes aus dem Werner Film. Oh. Autofreak. Errungenschaft freigeschaltet. Oh, cool. Und? So, zuhören sind wir so verdammt langsam. Weil wir back auffahren. Hm. Vielleicht, weil wir zu viert hier drin sind. Was könnte da sein? Sollen wir Schieben helfen? Sollen wir ihn rauftragen? Hm. Oh, hier ist doch ein... Das sieht doch aus wie ein AKW. Das ist doch kein Kohlekraftwerk. Das ist bestimmt ein AKW. Auch ein Kohlekraftwerk hat ein Blühturm. Meinst du? Ja, das ist korrekt. Meinst du? Ist so. Weil irgendwo müsste es ja die Resthits auch wieder loswerden. Hoff, das ist zu langsam. Fahr schneller. Ich ziehe am Hebel und laufe dauerhaft vorwärts. Dann leg ich mich mal hier hinten rein. So. Ich muss jetzt mal ganz schneller. Ich bleib jetzt mal hier hinten rein. Ich schäbe mich. Ach, Gott. Ich mach's mir hinten bequem. Naja, mehr oder weniger. Das ist nicht ganz so. Das ist so grausame Welt. Alter, bis man hier überfahren wird. Keine Frage, stopp in irgendeiner Halbstünder oder so. Uh, die ist bei 97%. Oh, da kommt auch nicht gleich dazu. Das dauert mehr zu lange. Oh, jetzt. Jetzt. Taktiro wird überfahren. Ja, Rassisten. Überfahrt ein Österreicher. Das dauerte wenig. Oh ja, stimmt. Kaum steht ein Österreicher auf der Straße, fahrt ihr einfach drüber. Das ist, das ist mal wieder typisch. Wir wollen halt Schlimmeres vermeiden. Das ist mal wieder typisch, ja. Wir haben schon schon Erfahrung mit einem Österreicher gehabt. Ja. Prävention. Ich habe schon mal gelassen, dass der Tür war schon raus. Oh. Soll ich euch was erzählen? Überleben dürfen, sind die, die auf einer Art in der Unterstuhl sind. Hier oben ist auch so ein Teil. Okay. Dann kannst du ja gleich zurückfahren. Ja. Also im Endeffekt umsonst hier hochgefahren. Ich gehe mal in die Höhle rein. Oh, was sollen wir sonst mit dem Teil machen? Ähm. Ja, einer vertrunkte. Einer raus. Ja, jetzt gleich mal erst mal vollkommen mit Kohle. Ich laufe mal dem Takeru hinterher. Ich bin schneller als ihr. Das ist keine große Kunst. Nö. Stimmt, da hinten ist noch so ein Buggy. Kann man die eigentlich alleine bedienen? Dann bleiben wir mal unter dem, versuchen wir mal unter dem Trichter stehen zu bleiben. Hier. Hallo. Kann man die Dinger eigentlich alleine beverdienen? Äh, beziehen. Theoretisch sind alle Level gereinigt. Theoretisch. So, ich muss rechtzeitig grenzen. Aha. Ah, noch ein Stück weiter? Ähm, ich glaube, der fährt gerade über die Klippe. Äh, ja. Sollte passen. Eine Höhle. Eine Höhle. Dann machen wir mal voll. Ei, ei, Captain. Ich hab Feuer. Werden Sie voll. Was? Ich hab Feuer. Ich mach die Hose voll. Takiro brauchst du Feuer. Ich hab hier mal Feuer. Ja, das Feuer kann man auch mitnehmen. Kann man das auf die Fackel, äh, auf die Kohle draufschmeißen? Ja, Kohle brennt erst, wenn sie in den Ofen landet. Das ist ja blöd. Aber das Feuer müssen wir nicht. Ich bin nicht damit hoch. Jetzt hört euch alle an. Oha. Ja, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Umitierst du gerade den Gronkh? So ein bisschen. Ich hab zwar gerade nicht die richtige Stimme dafür. Die Fackel fährt mit. Kohle, 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 Kohle. Troll-la-la. Kohle, Kohle. Boing, Toing. An-la-la. mir fällt gerade ein, ich müsste endlich mal mir mal die Tube Clash Staffel 3 DVD holen was davon gibt es DVDs? ja, die sind auch länger als die Version im Internet aha könnte man mal machen ich bin kein Stück Kohle ich mag zwar einen schwarzen Guthaben aber schwarz bist du auch angezogen man kann sich sehr vertun hier kenne ich ja gar nicht also wie das ist einen schwarzen Huth zu haben damit habe ich ja gar kein Verständnis also das ist meine Hüte leuchten halt eher wie ist denn das mit einem schwarzen Huth erzähl es mir meine Hüte sind ja nicht mehr komplett schwarz sie sind eher grell leuchtend ich weiß so ich lasse mich dann mal hier hinten auf den Wagen drauf schubsen ich bin ein Stück Kohle wie viel Kohle kriegen wir da überhaupt rein? keine Ahnung suchen wir mal so viel wie möglich auf einen Schub ähm ich sortiere mal hier ein bisschen um es liegt schon was vorne das ist schon ein bisschen es ist schon voll hier voll ich komm zu dir dass die Kohle auf die Seite gefallen es kann auch ein bisschen rein aber naja es liegt auch was daneben es ist was dann hingegangen hap wat bap bap hap oh wow okay dann wäre hier jetzt keine Kohle mehr hier liegt schon viel Kohle also wenn wir die Stückchen voll fest oh jetzt geht's ich glaube wir müssen die Kohle eine Beste zurückbringen wir müssen die Kohle zurück nach unten bringen ähm das können wir glaube ich jetzt tun ich bin wieder zurückfahren zurück ich hab die Kohle wieder zurückgenommen oh das ist schön die Kohle oh das piepst ja im Rückwärtskeit oh hallöchen hallöchen du kommst rechtzeitig zum Ende des Levels wir haben hier eine zweite Route wir können hier geradeaus runterfahren wir sind jetzt fast fertig oh wir fahren geradeaus fahren auch wieder okidoki das sind zwei Straßen aber komm mal mit dazu gleich mal hinten um den Berg rum Motti wo bist du? äh ich starte gerade das Spiel erstmal ah ok wir sammeln hier schon Kohle ah ok das Level also ja wir sind gleich fertig kann man überhaupt mit 204 Leuten auf einen Server? geht's überhaupt? weiß ich gar nicht werden wir sehen wir werden es sehen das Maximum war bei diesem Spiel ok jetzt müssen wir nach rechts glaube ich oder? wir müssen zurück äh Takeru wir müssen zurück wir müssen da hin da lang ah Prof sagte wir können um den Berg da rechts kommt man ich glaube das klappt nicht können wir werden die Kohle abnehmen? ich glaube das wird nix sicher dass da eine Straße ist Prof sicher dass da eine Straße ist ja Autsch ja ich werde überfahren Prof du überfährst mich ok einmal scheiße ist das Ding schnell das tatsächlich oh das ist schneller als wieso ist das so auf einmal so schnell Leute könnt ihr hier lang kommen und ich alleine drin sitze ohne irgendeine Ladung Leute hier ist wirklich eine Straße könnte hinterher kommen Leute seht ihr nicht ich gebe Gas ich gebe Gas hier lang sonst passiert doch ein Unfall wir brauchen die Kohle der Kero hier ins Land ah lass uns erst zurückfahren 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 zurück das sieht ja sehr gut aus so habe ich ihn nicht vorbekommen nein so warte warte ok hier lang hier lang hier lang äh 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 geradeaus zu Proff zurück ich habe das Auto ein bisschen versenkt aha so lange es nicht im Weg rumsteht was legt mir jetzt im Weg rumsteht erstmal in Weitschicken Proff solange es nicht wie so ein nästiger E-Roller im Weg rumsteht im E-Scooter hey hey hau ich bin mal gespannt ob die E-Roller bei uns hier in Darmstadt sollen sie auch in einiger Zeit auftauchen ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren so solange das du nicht irgendwo im Weg stellst wie Booyah ah hier gehts zurück auf die Straße das ist nur ne kleine Abkürzung Leute viel lang jo sind schon auf dem Weg also dran vorbei kommt man an dem Ding was ich versenkt habe was was hat er denn da bloß ein kleines bisschen doof oh ich sehe es Leute kommt Leute kommt hier lang Leipfstoff aus folgt mir echt zum zurück hier lang hier lang hier lang und dann einfach über die Straße zurück wer übernimmt das ähm muss ich mal gucken ob ich das hinkriege ähm Sekündchen und ich verliere sehr gut die Lobby wird noch viele Leute gestellt so ein Scheiß lasst los Prof lasst los lass ihn gehen kann man das umstellen kann man das irgendwie umstellen müssen wir bei der nächsten Runde so machen mhm ich weiß nicht wie lange das hier noch geht jetzt müssen wir aber dieses Level erstmal schaffen das beeilt euch auch hier unter dem Truck auch toll versuchst du den Truck zu retten oder was oder weiter reinzuschieben ich bin mir noch nicht ganz ich würd mal sagen versinken weil die anderen kommen da gerade voll nampfbar raus die kommen gerade mit dem Truck also schiebe ihn nach oben ja wir kommen vorbei weg mit dem Link der Truck muss weg der Truck muss weg I've been looking for a cola Entschuldigung ich hänge hier hinten dran ich hänge hinten dran ich bin fast drauf bin fast drauf ich fahr mit euch mit hier nach links ich hänge vorne an meinem versenkten Truck na dann viel Spaß noch links um wow Lieferjunge ich bin jetzt ein Lieferjunge Errungenschaftsfreigeschaltet stehen bleiben und einmal umkippen bitte Nein ihr müsst den Laster umkippen hier 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 stehen bleiben Leute das ist ein Knopf hier so geh mir jetzt genau so die Kohle kommt Prof fängt an zu singen steckt fest so holt die Kohle hinein damit in den Ofen in diesen Ofen oder in diesen Ofen wo muss das rein ich glaube in dem was noch leer ist alle Öfen die noch auf Null stehen oder noch nicht auf volle Pulle stehen okay also können wir das schon mal zu machen hier wir haben ja einen Fakten mit jawohl ich mach zu wir betreiben wir betreiben Kohle Energie um Weltschutz kommt hier an zweiter Stelle halt jetzt ab bitte macht den Deckel zu Zeit die Öfen anzuzöhnen zünd die Öfen an zünd die Öfen an zünd die Öfen an zünd die Öfen an ich kriegs nicht zu nein warte lass mich raus ich steck fest so dein Ofen ist schon zu ich steck fest hey habt ihr genug Kohle reingepackt danke hat geholfen Kohle da muss noch Kohle rein und zu machen da muss noch Kohle rein oder ist da schon genug Kohle rein Kohle raus Kohle ra auf in den Lüfter schmeißen da und zu machen das wollte nicht mehr und zu und zu und zu ich kriegs nicht ich auch nicht und da vielleicht müssen wir es von innen stießen genau ok deine ist zu Nummer 3 muss noch zu sehr gut ich habe die Tür mit Niniland zu gemacht hier hoff hängst du da immer noch rum und jetzt in die in den Kühlturm in den Kühlturm da runter hoff du hängst hier rum hier ist ziemlich laut es ist so laut hier ich höre euch nicht ähm ich glaube wir müssen hier durch ich bitte es ist so laut hier ich höre euch nicht ich höre euch nicht ich höre euch nicht hallo ähm wo seid ihr Leute ich bin eine Ballerina da da wartet auf mich ui ich werde geblasen in die Höhe in die Höhe ach und jetzt darüber hallo Prof ich versuche mich gerade in der Luft zu balancieren achso hier ist es ziemlich laut hier unten ach ich hab die Fliege nicht machst die Fliege oder was ich habe bloß die Fliege getötet die die ganze Zeit im Kopf geschwubelt ist geschwubelt Prof auf nöt neue Wörter ein Hoch auf Neologismen ich komme zu dir Prof Hallöchen zusammen das war ja romantisch ah verdammt das war ja romantisch wenn die Prof zusammen schweben okay Leute ja ich fand das auch sehr romantisch wie du meinst tut mir leid aber ich muss jetzt los du musst los nein hat mich aber gefreut dann bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal tschüss bis deine da kannst du ja dem Modi sagen dass er dazukommen kann dann ist ja jetzt ein Platz frei geworden ja aber da muss man einen neuen Server erstellen hat er gemeint oder jetzt wo du raus bist sind wir wieder auf 3 Nutzer unter meinem 4 Reserver wenn du ja siehst das hier ist ja in Apoost aber der hat alles gehört darauf erstmal die Pause dann bitte ich komme da nicht lang ich glaube an Nationlini Taktiobu ist weg hui Modi kommst du oder 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 wir sind hier hinten bei den Hüftungstürmern ja ich werde wahrscheinlich lieber responen von daher bitte hallo na komm und schwing und hüpf und ich bin drüben Prof ich komme mal hui wieder schön man muss viel Anlauf holen oder vergabt ja ich brauchte noch mal eine Einladung die Anlage ist offen Sekündchen ja ich connecte schon ich verzichte jetzt mal auf Aufnahme weil ich schon über die meiste Zeit nicht dabei war nein ich seh dich modi hallo das ist ja ein bisschen laut 21 ok wieder eine halbe Sekunde Verzögerung und hops verdammt 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 das da rüberspringen das ähm gestaltet sich ein bisschen seltsam huuuu hui hui huuuu 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 ok das könnte machbar sein ich war da schon drüben ich war schon fast da oh das ist sehr machbar ich auch huuuu 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 ja ich bin fast los stups mich hoch prof stups mich hoch ah ne das wird so nicht ok und ich hab das Level aus Versehen beendet huuuu huuuu ja es war das denn gemacht ich bin ihm nicht hoch gefallen da kommt der kurz rein und beendet schon das Level ja natürlich so wie immer gut ähm kaum ist er drin schon ist er durch dann würde ich so muss das sein wollen wir dieses Level im nächsten Part machen oder wie oder was Viertel Stunde haben wir noch wir können anfangen und wann machen wir es weiter beim nächsten Mal ja gut huuuu 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 huuuu